Hallo Freunde und willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play Landwirtschaftssimulator 15. Die letzte Folge in dieser Aufnahme für mich und in der nächsten Folge quatschen wir dann über so ein paar Themen. Da habt ihr noch die Möglichkeit mir ein paar Themenvorschläge zu machen. Einfach mal reinschreiben in die Kommentare und naja, dann können wir einfach mal so ein bisschen reden. Und ja, einfach wenn ihr was über mich wissen wollt, wenn ihr eine Meinung von mir wissen wollt oder irgendwelche Themen, über die ich mal quatschen soll, was man halt hier während des Ernten oder Grubbern oder sonst wie gut machen kann, dann sagt einfach Bescheid und dann kümmern wir uns darum. Also dann rede ich da drüber. Das ist dann nochmal gar nicht so schlecht. Jetzt die letzte Folge, da sind wir jetzt noch schön mit der Ernte beschäftigt. Boah, da habe ich ja einen kleinen Schock bekommen, letzte Folge, weil da irgendwie was nicht funktioniert hat. Ja, das mit den Reifenspulen ist auch genial. Ja, und dann können wir gleich die nächste Fuhre wegbringen. Und wer weiß, vielleicht haben wir ja mal Glück und in der Anzeigetafel steht was von Weizen wegbringen. Und dann können wir das nämlich machen. Und dabei, währenddessen kann nämlich dieses Feld dann schon gegrubbert werden. Ich schaue gerade mal, der Weizenpreis, der geht sogar gerade hoch. Das ist ja genau richtig. Und auch die anderen Felder, die Rapsfelder, sind noch nicht hundertprozentig fertig. Das ist mal schön. Dann brauchen wir nicht so hetzen, ne? Dann haben wir hier so ein bisschen Ruhe und dann passt das schon alles. So, 87% Zeit zum Auslernen. So, raus mit dir, Korn. Hallo. Will nicht. Okay, dann bringen wir halt den Traktor erstmal wieder kurz zurück. Ab zur Getreideannahme auskippen und dann wieder zurück. Ist ja echt komisch, dass man den nicht komplett voll machen kann. Naja, was soll's. Ups, falsch. Ist echt nicht einfach, ne? So, 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 so. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Danke sehr. So, auskippen. Könnt ihr mal gucken. Mittlerweile haben wir hier... Oh, das geht ja echt langsam voran, ne? Also, das ist dann mit den 100... Mit diesen 100 Münzen, ne? Das ist ja schon richtig, richtig lohnenswert, ne? Also, meine Herren. So, weiter geht's. Und ein bisschen mehr als die Hälfte haben wir schon fertig. Silva. Bis zum nächsten Mal weiter geht's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, und wenn ich mich nicht täusche, haben wir bis hier noch keinen einzigen Halben stehen gelassen. Also wenigstens bei dem hier sind wir sehr genau. Wenn man das alles noch ein bisschen besser sehen würde rechts am Rand, dann würde ich auch häufiger vom Cockpit aus fahren, aber hier hat man einfach die Kante besser im Blick. Ah, wobei, wir haben Weizen, glaube ich, sogar schon mal komplett verkauft, ne? 9400, ich gucke gleich mal. Ich glaube, wir haben das ja schon mal einmal komplett verkauft, also dann geht es ja doch relativ schnell voran. Oh Leute, scheiße, das ist ja jetzt ungünstig. Och nee, jetzt ist die Aufnahme, jetzt ist die Festplatte vollgelaufen. Schade, jetzt ist nämlich gerade die Aufnahme beendet. Och Mensch, das ist ja blöd. Wie mache ich das jetzt? Sollen wir noch kurz ein bisschen quatschen, oder wie? Ah, wisst ihr was? Ich rede mal eben so ein bisschen, ich fahre hier jetzt mal kurz den Rest zu Ende, so. Ich setze hier jetzt zurück und dann geht es wieder zurück. Das eine Feld, das können wir ja noch kurz so machen, ne? Ich will jetzt hier auch keine 6-Minuten-Folge machen, das ist ja richtig dämlich. Ähm, ja, tut mir leid. Da muss ich die nächste Folge ein bisschen länger machen. Ich fahre hier jetzt einfach nochmal runter. Ihr könnt ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja ein bisschen zuhören. Wenn nicht, dann macht ihr jetzt einfach schon aus. So kann sich das jeder selber überlegen. Und ja, gerade jetzt. Das ist ja ärgerlich. Also. Ja, wir machen jetzt das Feld noch entspannt zu Ende. Und wir sind jetzt hier auch gleich am Ende des Feldes angekommen. Und dann wird nämlich mal wieder der Mähdrescher entladen. Und so das ganz Wichtige, das machen wir dann in der nächsten Folge, aber ich würde zumindest so, ja, so 5-6 Minuten noch ein bisschen quatschen. Das ist ja sonst doof. So, dann haben wir hier jetzt erstmal schön den Mähdrescher unter den Traktor gefahren. Und den leeren wir jetzt nämlich gleich wieder aus. Und ich sage euch dann, eine Ladung Mähdrescher, ja, das wissen wir ja, wie viel Liter das schon ergibt. Und wenn der dann fertig ist mit Abladen, dann sage ich euch das nochmal, mittlerweile sind wir ja bei 3.700 Liter angekommen. Und ich gucke mal, wenn ich auf die Info gehe, ja, ich weiß, ihr seht das jetzt nicht, 9.400 haben wir jetzt im Lager an Weizen. Und wenn ich das jetzt abkippe, dürften es dann dementsprechend 12 bis 13 sein. So, gucken wir mal. Moment, ist das Gerste, was wir machen? Ich dachte, wir hätten Weizen. Hä? 11.500. Jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken auf die Übersicht mit den Karten. Ich dachte, das wäre Gerste. Nee, das ist, das ist ja Gerste. Ja, stimmt. Ach Mensch. So, und ich habe mal auf die Karte geguckt. Unser Raps ist immer noch im Wachstum. Also, keine Sorge. Da sind wir noch nicht, da brauchen wir noch nicht beigehen. So, der Anhänger, den stellen wir zurück. An die Straße steigen wir mal aus. Und dann nehmen wir die letzten Streifen noch kurz von dem Weizen mit. Und so schinden wir dann die Zeit so ein bisschen. So, also, ja, zweimal hin und zurück und dann haben wir auch alles drin. Und dann können wir quasi in der nächsten Folge, da habe ich dann ja hoffentlich ein paar Gesprächsthemen von euch bekommen, wenn nicht, postet es einfach. Ich sehe es dann ja irgendwie auch. Und, naja, dann können wir ein bisschen quatschen nebenbei. Hab das ja schon häufiger mal angesprochen. So, ja, und dann die nächsten Felder. Oh, die 30 ist auch geil. Die ist ja auch richtig groß. Kann man auch mal gucken, ob man das nicht nochmal irgendwann kauft. Aber erstmal wollen wir halt ein paar Geräte haben, damit wir dann halt auch mal Stroh und so haben. So, jetzt sind wir runter hingefahren. Jetzt geht es auf der Seite wieder zurück. Und das wird ziemlich eng. Also, da werden wir wahrscheinlich zwischendurch doch nochmal den ausleeren müssen. Ansonsten bleibt da ein kleiner Streifen über. So, ja, da bleibt dann wohl ein bisschen was über. Das heißt, wir müssen jetzt zwischendurch erstmal entleeren. Oder, ich gucke gleich mal, wir sind jetzt bei 50% Ladevolumen. Fahren jetzt gerade die Tour wieder hoch beim Feld. Wenn wir runterfahren, dann sollten wir so bei 90 sein. Und dann werden wir wahrscheinlich den dünnen Streifen, der hier dann noch überstehen bleibt, oder der hier überbleibt, den werden wir dann noch mitnehmen können. Ja, und nächste Folge werden wir dann das Ganze so ein bisschen koordinieren. Na, also, damit wir dann auf diesem Feld jetzt schon mal das wieder vorbereiten können. Das nächste Getreide aussäen, beziehungsweise erstmal grubbern. Aber dafür werden wir dann einen Hilfsarbeiter holen, der das dann für uns machen darf. Und wir kümmern uns dann um den Raps mit den Mähen. Und das Ganze natürlich wegbringen. Ja, jetzt bleibt hier so ein halber Streifen links an der Seite liegen. Den nehmen wir dann gleich aber mit. Und dann müsste der Mähdrescher dann auch voll sein. Dann bringen wir das alles noch in die Getreideannahme und dann ab dafür. Und dann gehen wir dann wieder. Ja, tut mir echt leid. So, so ein kleiner Rest, der hier stehen geblieben ist, den nehmen wir jetzt nochmal mit. Da fahren wir jetzt nochmal hoch. Und dann haben wir hier, ich bin jetzt hier schon bei 92%. 93, 94, so, dann sind wir hier quasi fertig. Da hinten, da ist irgendwie was nicht reingegangen, ganz am Anfang, da habe ich was stehen gelassen, das nehmen wir jetzt noch mit. Und dann haben wir wieder 4000 Liter fast hierbei. So, warum nimmt er das jetzt nicht mit? Ah, das sind so ein paar Halme, die lassen wir hier stehen. Schwamm drüber. So, und das bringe ich jetzt eben nochmal ganz kurz auf den Anhänger und dann in die Getreideannahme und dann mache ich hier nämlich dann auch Schluss. So, mal eben kurz umsteigen. Dann warten wir, bis der Mähdrescher denn fertig ist oder leer ist und dann, Mann, Mann, Mann. Ah, es tut mir leid. Da habe ich es ein bisschen übertrieben, 3 Stunden, 12 Minuten hier für die Aufnahme. Aber da ich jetzt erstmal ein paar Tage weg bin, äh, musste ich das machen. So, also, den Anhänger nehmen wir noch und dann kippen wir das weg in die Getreideannahme und dann werden wir das, ja, vermutlich in der nächsten Folge mal verkaufen. So, dann haben wir jetzt nämlich Gerste, haben wir jetzt 15.515 Liter. Und der Gerstenpreis, ja, der ist ganz okay. Das 2. teuerste aktuell. Neben dem Raps. Gut, Leute, also, ich sage danke fürs Zuschauen. Entschuldigung, dass die letzten Minuten dunkel waren, aber ich habe es ja hoffentlich bildlich erklärt. Äh, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge beim Landwirtschaftssimulator und dann geht es weiter. Ich gucke gerade nochmal auf die Karte. Ist der Raps schon fertig oder nicht? Nein, er ist noch nicht fertig, also ihr seid dann dabei. Und, ja, bis zur nächsten Folge dann. Ciao! Und, ja, bis zur nächsten Folge dann.